guten mittag es ist schon 12 uhr 8 diesmal werde ich mich etwas später ja heute ist der letzte tag für das jahr 2023 begrüße euch auch heute wieder zur sechs tages tour und ja ja was gibt es unsere pläne für heute sind wir waren wahrscheinlich jetzt erst mal unser plan ist wahrscheinlich jetzt erstmal hoch auf etwas berg zu fahren dort ist halt sehr viel freiglösch also können wir uns dort ein bisschen aufhalten und ist klar heute heute feiern wir auch noch silvester gesagt heute ist ja letzter tag vor den ferien und ja das ist erstmal so der plan heute und ich wünsche euch viel spaß dabei so wir laufen jetzt hinunter zum schloss belvedere und wir sehen uns dann wenn wir wieder wenn wir dort sind ja 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 so jetzt sind wir auf dem hügel vor dem belvedere laufen jetzt hier in der reisegruppe in der reisegruppe da nach oben da oben ist unser Ziel ja 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Das wollen wir noch sehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Musik Was ist denn? Was ist denn? Oh! Was ist denn? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018